Hallöschön Leute und Willkommen zu Let's Play. Tersus Cillia 2 im Letztpart haben wir gegen Asker gekämpft und Asker auch freigelassen. Und jetzt wollen wir zu Helioburg-Festung gehen. Ach stimmt, er hat ja eh ab. Von daher, ich brauche mich um euch nicht zu kümmern. Ich meine, was soll ich hier schon großartig sein? Will krass sagen. Oh mein Gott. Ne, hier laufen wir durch. Bis zu Helioburg-Straße. Und bis zu Helioburg- Oh, da, es geht. Wie sieht es in der Stadt? Die Stadt und ihre Residenz sehen beide genau wie sie in unserer Welt sehen. Die einzige Unterschiede ist, dass niemand weiß, dass Rizamaxias Existenz. Aber außerhalb davon, scheint jeder zu leben, die gleiche Leben. Die gleiche Erde, die gleiche Ozean, die gleiche Skye. Okay? Luger. Wenn du diese Dimension zerstörst, bedeutet das nicht... Jeder darin wird sterben. Dafür brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Jeder darin wird sterben. Wir würden sterben. Und jetzt zu sterben. Wir würden sterben. Nicht so zu machen. Dieser Ort ist nicht so zu sein. Das ist eine Art der Dimension. Wir werden einfach die Dinge richtig. Ja, aber immer noch... Wenn du das Gefühl hast, dich nicht immer mehr zu bekommen, du hast den Job gemacht. Ich glaube, du bist ein Mensch als ich. Ian. Du brauchst nicht einen Provoker so. Ich denke, ich habe es irgendwie gemacht. Niemand braucht der schlechte Typ, und ich habe mehr Prächtigkeit als die meisten. Nach allem... Es wäre nicht fair, dass poor Lugard all das Wasser für das nehmen würde. Danke. So, weiter geht's. Ach, ich liebe diese Sprintfunktion. Die erleichtert einem so viel. Das hier erleichtert einem einfach alles so viel. Nein! Aus der Bahn! Super fast man is running around! Tiff, 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 tiff! Oh! Huh. Ich war'n wir ja eh schon mal. In der Splitterdimension. Da, wo wir gegen Splittervolt gekämpft haben. Gegen Shadowvolt. Oh, ich kann nicht glauben, dass wir so richtig durchlaufen haben. Was meinst du, Leia? Ja, diese Zeit. Diese Fractureddimensionen sind immer noch ein echtes Schmerz. 쓸st los! Ähm, nee, ich glaub, hier lang gings. Ich frage mich, welche Person da gesichtet wurde. see? Fallenden Dillon. hau oder wie auch immer hier über die besorgten dimensions ist ja hier ist sowieso straße wir speichern hier die weimar und ihr seht richtig ich nehme wie es mal an dem sonntag auf stimme aus dem folgte das wird momentan auf zwei also das spiel ok und durchrasen sonyxp ich meine wir sind level 20 schon wir haben schon ein gutes level erreicht hier weg wir dürfen auch wohl ein bisschen mal durchlaufen meinst du nicht warum zumindest ein kleines bisschen oh look at this stop stop hab dich Zack! Rolling Thunder! Verdammter ist Dunkelheit als ich Wut drauf. I forgot. Okay, dann ballern wir ihn tot. Ich mein, viel hält das Ding nicht gerade aus. Boom. Aua, Aua. Da, stopp. Hey. So. Es gab einige Erfahrungspunkte auf jeden Fall. Ich bin stärker. Ich bin stärker. Ja, das ist was ich... Genau die Nullgrenze will ich. Dunkle Kugeln strömen hinter dem Feind zusammen. Ähm... Machen wir da hin und machen wir Baba Bless hier hin. Rüstungszimmer einmal. Hm, komm den machen wir mal hier hin. Da haben wir nichts neues gelernt. Und es hört auch nicht mehr auf hier. Okay. Wie sieht es bei dir aus? Lernst du noch was? Dann kannst du was anderes haben. Musst du gucken was. Und du? Du lernst ja noch was. Du auch. Fertigkeiten. Oh mein Gott. Level wiederherrschung. Das ist gut. Stell bei dem Levelaufstieg alle KP wiederher. Krasnik. Austausch. Nach L1 plus X wechseln wir die Waffen automatisch. Doppelklinge. Verschlockhammer. Doppelklinge. Das wollte ich gerade mir ausrüsten. Hm. Jetzt neues. Ziehschiss. Nee, du bist Elvin. Objekte wissen so. Du bist stärker als immer. Haha. Nun ja. Wir haben fucking viele bekommen. Ich wusste es nicht so leicht zu finden. Oh, komm mal. Lass uns auf jeden Fall weitergehen. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht was auf uns zukommt. Vielleicht ist es wieder ein Boss. Was weiß ich. Ähm. Und wir haben ja noch was zu futtern. Oh, no, no. Melle. Melle, wir enden erst. Wir sind da. 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 Wir sind hier in Olympias. Ich meine, ich sage, ich sage. Ja, du hast recht. Der Schirm ist noch hier. Der Schirm ist noch hier. Die Dimensionale hat es noch nie öffnet. Also. Olympias und Reza Maxia sind noch auf diese Dimension. Sie haben keinen Sinn für mich. Das bedeutet, Maxwell muss immer sein. Ist das die Sphera mit den langen Haaren? Wenn die anderen Welt so sind, dann sollte die Sphera mit Sicherheit bleiben. Die Sphera? Warte, ist das... die Sphera von Kanan? Nein! Luger! Der Sion von Kresneich. Muss du immer auf die Dimension auf der Suche? Also, was ist deine Geschichte? Ich bin die Guardian des Landen der Kanan. Ich bin der Great Spirit, Kronos. Ich werde dich in die Abyss zwischen Dimensions. Wie ich mit dem neuen Maxwell, die sich mit den Humans beschäftigt. Maxwell? Ich bin der Great Spirit. 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 Oh, mein Gott. Du hast aber sehr ein bisschen Dunkelheit. Das mag ich gerade nicht. Hey! Du musst nicht... Habe ich irgendwie noch meine alten Waffen? Verdammt. Ähm, dann rüsten wir mal bitte um. Das ist zumindest wie wie das klingt. Du hast eine Ressenz-Pistole und du hast fucking viel Leben. Ähm, das tat weh. Ich hoffe du weißt das. Ja, wir kloppen auf dich drauf. Und los. Zack. Und los geht's. Schwalben, Zorn. Also der große Geist Kronos. Ähm, the fuck. Leia, willst du bitte mal keine Outdoor-Projekte verwenden? Danke. Ähm, tranktes Leben. Jaja, Kronos, du bist ziemlich stark. Los geht's. Los geht's. Schlitz. Ui. Ui. Los geht's. Oh mein Gott. Das hätte wir so ändern können. Ähm, Leia, du bräuchtest mal... Ne, Aaron bräuchte den mal. Das gefällt mir grad nicht. Manke. Ja, das ist gut. Was? Hast? Töter Spell im Arsch. Töter Spell im Arsch. Wir haben uns schon so um die Hälfte abgezogen. Hoi. We need to fear. Nein, we need to fear. Alright. Mein Ding war auf einmal leer. Sollen wir nicht da keiner so unterbrechen? Hey, come on, really? Uhh, Zorn! Das ist ... gemein. Au. Dude. hier was zum müssen arsch besonders unsere heiligen getötet hat das weiß ich jetzt nicht ja Entschuldigung der Elben er tut mir verdammt noch mal weh ich krieg hier Matthew auf die Schnauze was für ein Assault hier zack ja ja gut hier friff nein ja leia wirft ihr mal schnell in orange Gummi rein vielleicht habe ich zu viel wir haben gewonnen das war knapp das war sogar sehr 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 knapp oh 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 my goodness das war in ja du hast es du hast 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 die Taschen nur hergegen los das ist du hast du hast du hast ... Es ist ein bisschen, ja. Warte, das ist Resamaxia. Ich denke, die Brüche muss wieder öffnen. Wo sind die anderen? Keine Angst, El. Alvin war mit ihr. Ich bin sicher, dass sie irgendwo hier sind. Ja, das stimmt. Mein Freund, El. Alvin kann sein, wenn er will sein. Keine Angst, Teepo. Ich bin sicher, dass sie gut ist. Oh, ich bin nicht Angst. Es gibt eine Stadt, die Nia Kera genannt haben. Vielleicht finden wir etwas über die anderen da. Doch, der ist da. Ich würde aber sagen, bis zu Nia Kera gehen wir. Erst im nächsten Mal, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.